Herzlich Willkommen hier auf meinem Kanal Anis Welt. In der Uckermark befinden sich zahlreiche, sehr gut erhaltene Monumente der Megalithenkultur. 15 Kilometer von der Kreisstadt Prenzlau entfernt befindet sich das Großsteingrab Trebenow, was ich heute vorstellen möchte. Das Großsteingrab mit der Sprockhoff Nummer 455 befindet sich direkt hinter den Gebäuden in der Nähe der Kirche. Die Kirche wurde ca. 1480 erbaut und besteht aus einem Mischmauerwerk. Die Kirche und das Großsteingrab trennen nur 650 Meter, wobei ich davon ausgehe, dass Energielinien bei der Erbauung eine große Rolle spielten. Bei dem Steingrab handelt es sich um einen Urdolmen, der in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet ist. Er besteht aus drei Tragsteinen, die 2,30 Meter und 1,90 Meter lang sind. Von diesen Maßen ragen allerdings nur 70 bis 80 Zentimeter aus dem Boden. Ein etwa 3 Meter großer Deckstein mit einer Dicke von 60 Zentimetern bis zu 1,05 Meter liegt auf den drei Tragsteinen. Insgesamt betragen die Abmessungen des Dolmens 2 Meter mal 1,20 Meter. Das Besondere an dem Deckstein ist, dass zahlreiche Schalen in ihm eingelassen sind. Bei Grabungen 1904 wurden ein verkohlter Röhrenknochen, zwei Scherben und zwei Pferdezähne gefunden. Pferde zu opfern soll ein Brauch der Kelten und Germanen gewesen sein. Dabei wurde das Pferd ausgeblutet und das Blut in Schalen aufgefangen. Dies ist wahrscheinlich auch die Erklärung dafür, dass die Öffnung im Süden des Dolmens keinen Schwellensteinen aufweist. Denn Schwellensteine dienen zur Trennung von Vor- und Hauptkammer oder als Verschlussstein sakraler Bauten. Demnach kann man darauf schließen, dass der Dolmen ausschließlich als Opferstätte genutzt wurde. Trotz dieses ernüchternden Hintergrundes hat der Urdolm eine wunderschöne Lage mitten in der Natur. Besonders schön ist die Unterseite des Decksteines aus Granit. In diesem Deckstein befinden sich dunkle Sprenkel und rote Maserungen. Sie sind gut zu erkennen, wenn man sich in den Dolmen legt. Rund um den Dolmen flogen immer wieder anmutige Falken vorbei. Das war wunderschön zu beobachten. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal in Anis Welt. Deine Ani